So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe eines Außenposten. Ihr seht, die sind ja immer hier außenrum in der ganzen Map verteilt. Wenn ihr bei Logjam seid, da war ja die erste Aufgabe, ihr wisst ja, einfach den Berg hoch und dann seid ihr eigentlich auch schon bei der zweiten Geräteverbindung. Guckt auf der Minimap, ihr seht es immer. Ich sage immer wieder, selbst ich gucke auf die Minimap und gucke halt genau, wo ich hin muss, weil ich selbst gucke eigentlich schon gar nicht mehr bei irgendwelchen YouTubern nach, was ich machen muss. Freut mich natürlich immer, wenn ich euch noch irgendwie helfen kann. Wie komme ich denn hier drauf? Lol, aha, hier kommen wir hoch. So, einfach den Berg hier hoch und dann kommen wir auch schon zur nächsten Aufgabe für ein Zuhören. Aha, also wir müssen eine Drohne aktivieren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln. Wenn Fragen sind, schreibt es gerne in die Kommentare. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.